Hallo, die zweite. Ich habe euch doch versprochen, ich zeige euch jetzt, wie Elvis sein Geschirr angezogen kommt. Ja, Dika. So, Kopf durch, mein Junge. So, geht da ganz leicht. Pfötchen durch. Super. Und das supertolle ist, hier sind so eine Dinger, damit die nicht aufgehen können, also ein Sicherheitsverschluss. Wer ist ein Pferd, würde ich sagen, das ist ein... Kein Panikaken, das Gegenteil. So, das kann er nicht abhauen. Super. Jetzt hat er so einen Griff zum Wegschmeißen. Super. Das ist toll. Dankeschön. Tschüssi.